Moin, hast du Spaß oder was? Ja, freilich hab ich Spaß! Samarys! Moin! Kannst du uns mal deine Accessoires so ein bisschen vorstellen? Was ist deine Klobisch mit Eurocreme? Was ist deiner Meinung nach der Sinn des Lebens? Möglichst viel scheißen gehen! Wie viel ist dein Outfit wert? Ich würd mal sagen, vielleicht so 3, 4 Euro. Ey, wir wollten dich nur mal fragen, wie deine Klobürste schmeckt. Gut! Wenn ich's nur probieren, ich probier von dir! Was ist der Sinn des Lebens für dich? Genau das! Das ist einfach krank! Moin, wie geht's euch? Gut! Beschreib mir der Samarys mal in einem Wort! Guter Lachs! Bier! Dankeschön! Könnt ihr mal eure Accessoires so ein bisschen vorstellen? Das Klopapier ist natürlich sehr wichtig bei Guter Lachs zum Rumwerfen! Dann haben wir noch Pömpel als Stab! Kurze Frage! Wie viel ist dein Outfit wert? 4 Euro! Guter Lachs! Guter Lachs! Wie viel ist dein Outfit wert? 2 Euro! 2 Euro? Geil! Was ist dein Kind? Wie viel ist dein Kind f weather?! Mal gucken, was in der Bahn hing Hookman ist! qualγ? 2 Euro! Untertitelung des ZDF für funk, 2017